Hallo CutieNager und herzlich willkommen zurück zu CuteLifeHacks. Wir haben vor einiger Zeit ein 2 in 1 Blühstier gemacht und es war wirklich ein Video, das ihr absolut geliebt habt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen es nochmal nur mit anderen Techniken und Möglichkeiten es umzusetzen. Wenn ihr euch an das ältere Video erinnert, darin hatten wir einen Schritt, wo wir eine Socke über eine Flasche gegeben haben und viel Füllmaterial rundherum aufgeklebt haben. Das Ergebnis war super und dann musste man es noch zusammennähen. In der heutigen Technik jedoch wird das alles ein wenig anders umfunktioniert und wird auch insgesamt besser aussehen. In der Technik, die wir euch heute zeigen, zeigen wir auch wie man Details wie beispielsweise Ohren oder andere Kleinigkeiten noch an Blühstieren fixieren und verändern kann. Dieses Mal verwenden wir diese weichen Socken von H&M. Die Pastellfarben davon sind perfekt für Kawaii-Tiere. Als erstes solltet ihr entscheiden, welche Farben gut zusammenpassen. Wir wollten hier einen pinken und einen lila Koala auf der Seite machen und es war etwas schwer, hierzu die perfekte Farbe zu finden. Ein gelbes Huhn hätte gut gepasst oder etwa eine blaue Katze. Macht euch also wirklich vorab ein paar Gedanken über die Farben, die ihr kombinieren wollt. Der erste Schritt beginnt damit, dass ihr eine der beiden Socken von innen nach außen stülpt. Dann nimmst du die andere Socke, die du damit verbinden möchtest und stülpst sie richtig über deine Hand. Jetzt nimmst du die Socke so, um so etwas zu machen. Jetzt sind beide Socken in etwa oberhalb der Ferse zum Abschneiden bereit. Jetzt die äußeren Rände ein wenig nach unten falten, damit es so aussieht. Wir machen jetzt eine Nadelstichtechnik rund um die äußere Kante. Passt hierbei auf, dass ihr nicht fälschlicherweise irgendetwas anderes noch dazu näht. Aber gebt euch hierbei wirklich Mühe, alles schön miteinander zu verbinden. Wenn du damit fertig bist, machst du jetzt ein kleines Loch auf der oberen Socke. Der Stoff ist hier recht dehnbar, also macht das Loch wirklich nicht zu groß. Jetzt das Plüschi einfach von innen nach außen drehen über dieses Loch, so dass wir jetzt die schöne Seite nach außen hin sehen. Jetzt sieht man auch, dass die Unterseite wirklich schön miteinander vernäht ist und nach außen wirklich keine Naht sichtbar ist. Der nächste Schritt ist jetzt ein wenig schwieriger, weil du die Socke füllen musst, aber darauf achten musst, dass es wirklich gleichmäßig verteilt ist. Es kann helfen, hier auch einfach immer wieder zu schauen, wie das Füllmaterial verteilt ist. Ihr seht jetzt ganz deutlich, wie wirklich nur eine Seite sehr, sehr viel Füllmaterial hat und die andere einfach gar nichts hat. Unser Ziel ist jetzt, dass eine dickere Schicht mit Füllung wirklich überall verteilt ist, so dass die Form quasi wie die eines Donuts ist. So kann man sie von innen nach außen stülpen und alles ist immer noch in etwa gleich groß. Es kann hier natürlich ein wenig dauern, bis alles schön gleichmäßig verteilt ist. Gebt euch also ruhig auch ein wenig Zeit dafür, damit es schön gleichmäßig ist. Jetzt müssen wir nur noch das Loch abdecken mit einem kleinen süßen Bauchelement. Weiße Socken wären dafür wirklich am allerbesten, aber wir haben jetzt nur dieses Rosa gefunden. Jetzt einfach die Größe grob angeben und in dem Fall ist es immer ganz gut, wenn ihr darauf achtet, dass alles symmetrisch ist. Deswegen immer gerne das Stoffelement falten und dann einfach so ausschneiden und im nächsten Schritt natürlich annähen. Symmetrie ist recht wichtig, wenn man Plüschtiere macht, also schaut immer, dass ihr verschiedene Techniken verwendet, um symmetrisch zu bleiben. Es empfiehlt sich hier in der Mitte zu beginnen, wenn man alles festnäht und dann einfach nach unten zu nähen. So kann man Falten besser glätten und so hat man unten auch noch eine Öffnung offen, um noch ein wenig Füllmaterial hineinzugeben. Am Schluss dann noch festnähen und schon ist der Bauch montiert. Als nächstes werden wir jetzt die Ohren machen. Das ist eine sehr experimentelle Technik. Wir werden die Koalen zunächst mal aufzeichnen und aussehen, wie es auf dem Plüschi am besten wirkt. Koala Ohren haben bei Plüschtieren immer die unterschiedlichsten Formen. Deswegen kann man hier wirklich unterschiedliche Methoden recht schnell mit dem Papier probieren. Die Vorlage dann einfach ausschneiden und im nächsten Schritt diese Kartonvorlage verwenden, um sie auch auf dem Socken zu verteilen. Dann einfach die Linien festnähen und alles im nächsten Schritt vorsichtig ausschneiden. Die Ohren sollten in diesem Fall so schmal und zart wie möglich werden, denn schließlich wollen wir in diesem 2 in 1 Stoff dir zweimal Ohren unterbekommen. Und umso weniger Stoff hier ist, umso einfacher funktioniert das alles. Vorsichtig ausgeschnitten geht es jetzt wieder an unsere gleiche Technik, wo wir zunächst ein kleines Löchlein machen. Das werden wir hier entlang dieser Linie machen. Wenn wir es so machen würden, wäre das Loch vermutlich zu groß. Deshalb wirklich entlang der Linie, wo man es auch festnäht, das Löchlein machen. Nehmt euch hier ruhig ein wenig Zeit, um einfach die perfekte Position für den Schnitt zu finden. Jetzt stülpen wir das Ganze von innen nach außen, um die wirklich schönen, zusammengenähten Ohren zu sehen. Diese Ohren könnte man natürlich jetzt mit Füllmaterial füllen, um sie noch pluffiger zu machen, aber wir wollen wirklich, dass es so zart wie möglich ist, weil schließlich auf der anderen Seite ein Katzenplüschtier hinkommt, wo auch noch Ohren hin kommen sollten. Du kannst als Orientierung die Nähte von den Zehen in den Socken verwenden und die Ohren einfach daran orientieren. Das ist wirklich recht hilfreich, wenn man probiert, die Ohren an der richtigen Position festzunehmen. Für die Nase nehmen wir jetzt einen schwarzen Stoff. Die Nase wäre bestimmt auch toll gewesen, wenn man sie aus Filz mit dem Nadelfilzen selbst gemacht hätte, aber wir wollten jetzt einfach nicht noch mehr Volumen auf dieser Seite des Plüschtiers machen, denn schließlich soll alles recht schmal sein und auch für die andere Seite des Plüschis gut passen. Wir verwenden jetzt Perlen für die Augen, weil die einfach einen tollen Texturkontrast haben. Wie immer sollte man versuchen, hier die nur mit einem Faden zu verbinden. Wir haben da eine tolle Technik, wo man zunächst so durchsticht, dann die Perle auf der anderen Seite fixiert und dann alle miteinander verbindet. Sei hierbei aber vorsichtig, dass du nicht versehentlich in das andere Plüschtier auf der anderen Seite hineinnähst. Als Highlight kommt jetzt noch ein wenig Lidschatten auf die Backen des Plüschis. Jetzt ist das Koala Plüschtier fertig und es ist an der Zeit, die andere Seite zu machen. Es kann sein, dass die Füllung sich ein wenig verschiebt, wenn ihr es von innen nach außen flippt, deshalb nehmt euch hier auch ein wenig Zeit, um die Füllung wieder neu und gut zu verteilen. Wir werden alles jetzt wirklich einfach machen mit diesem Katzenmotiv. Ein Pinguin hätte bei dieser Farbe auch wirklich toll funktioniert, aber wir hatten schon mal ein Plüschtier, wo wir einen Pinguin gemacht haben. Die Katzenohren haben wir einfach direkt auf die Socken aufgezeichnet und im nächsten Schritt wieder entlang genäht. Wenn ihr öfters so punktiere Plüschtiere macht, dann behaltet am besten alle Stoffreste, denn oftmals braucht man wirklich nur ein paar kleine Farbreste, um eine tolle andere Variante oder Detail für ein Plüschtier zu machen. Hier auch wieder vorsichtig überlegen, an welcher Position man die Gesichtsdetails macht, denn die sollten bei beiden Plüschtieren in etwa an der gleichen Position sein. Die Distanz zwischen den Augen und auch weitere Gesichtsdetails sind wirklich nett, wenn sie in etwa an der gleichen Position sind. Für den Mund machen wir einfach eine Form aus schwarzem Stoff und kleben es einfach auf. Auch hier kommt wieder Lidschatten und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen, wo beide Plüschtiere fertig sind und man sie einfach von innen nach außen stülpen kann und so verändern kann. Das Endergebnis ist wirklich toll geworden, dennoch sind die Koala Ohren vielleicht etwas zu groß geworden und könnten deshalb etwas faltig werden mit der Zeit. Wir würden euch empfehlen, hier vielleicht zu kleineren Ohren zu greifen oder einen anderen Stoff dafür auszuwählen. Dieser Sockenstoff ist hierfür vielleicht nicht unbedingt ideal, ganz einfach, weil die Form recht schnell knittert, aber wir finden, dass das Endergebnis wirklich entzückend geworden ist und man so wirklich ein süßes Plüschi hat mit zwei unterschiedlichsten Styles. Dieses Do-It-Yourself ist auch eine wirklich entzückende Geschenkidee, wo man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und unterschiedlichste Formen, Tiere und Figuren machen kann. Danke euch vielmals fürs Zusehen, vergesst nicht uns auf TikTok zu folgen, unter Macaroon und unter Lisa-Sophie-Thoma. Danke euch vielmals fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!